Hallo, heute werden wir unseren Funkinnentaster FET5BS an unseren ProMatic Antrieb einlernen. Dafür nehmen wir unseren entsprechenden Funkinnentaster und lernen ihn am Antrieb ein. Wir betätigen einmal die durchsichtige Taste am Antrieb, sodass die rote LED anfängt zu blinken. Dann betätigen wir die Handsendertaste des Funkinnentasters. Er fängt dann an, blau-rot zu blinken und die LED am Antrieb blinkt zur Bestätigung schnell. Damit ist der Funkcode vom Funkinnentaster zum Antrieb übertragen und gespeichert. Jetzt müssen wir den Antrieb in die Lage versetzen, dass er wieder zurückgeht ins Betriebsmenü und wir betätigen die durchsichtige Taste so lange, bis die rote LED leuchtet. Das sind ungefähr fünf Tastendrücke. Und jetzt können wir entsprechend unseren Funkinnentaster ausprobieren. Bedeutet, ich drücke auf die obere Taste, der Funk ist gelernt, der Antrieb setzt sich in Bewegung und wird unser Tor öffnen bzw. schließen. Jetzt ist er dabei, das Tor zu schließen. Das Tor ist geschlossen und wir können kontrollieren, ob das Tor wirklich zu ist. Dazu drücken wir die mittlere Taste und danach betätigen wir die Impulstaste, die wir vorher eingelernt haben. Die LED leuchtet jetzt grün. Das Tor ist zu. Wenn wir jetzt noch einmal die Impulstaste betätigen, fängt der Antrieb an, das Tor zu verfahren, in die Richtung Tor auf. Und wenn sich das Tor ganz geöffnet hat, können wir wieder die Rückmeldetaste betätigen, die mittlere. Danach betätigen wir die Impulstaste und die LED leuchtet rot. Zur Bestätigung, das Tor ist geöffnet. So können wir ganz entspannt kontrollieren, ob unsere Toranlage geöffnet oder geschlossen ist.